Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Junge, hart am Strand und sowas, höch, guck mal da. Volleins eincremen, Achtung. Hallo. Achtung, Strandpolizei. Achtung, ich bin die Rettungsschwimmer, ich muss Leben retten, Vorsicht. Rettn wir ein paar Leben. Irgendwie kann ich ja niemanden retten, uh oh. Ich bin der schlechteste Live-Guard der Welt, verdammt nochmal. Mausi. Ich nehm grad was auf, du Kenny-Schnack, was machst du? Nichts läuft irgendwie, es ist nicht lustig. Ja, ich bin nur in GTA und ich wollte Leute auch am Strand erstrecken, aber... Aber die sind alle blöd, jetzt bin ich mal in GTA Online gegangen, vielleicht kann man da irgendwas reißen. Guck mal Leute, GTA Online, das sieht doch genauso aus wie ich. Naja, ich hab ihn nicht so hinbekommen, wie... Hey. Entschuldigen Sie, Madam, entschuldigen Sie, entschuldigen... Madam, Madam, ich hab nicht viel Geld, guck, 282.000, ich will mir aber Autos kaufen. Madam, hören Sie mir zu? Madam, ich will Autos kaufen, wie krieg ich Geld? Madam? Madam, Madam, ich werd sie jetzt erschießen, Madam, Madam. Entschuldigung, Madam, haben Sie meine Waffe schon mal gesehen? Schauen Sie mal. Die ist ganz neu. Jetzt mal eine Frage und zwar... Madam? Meine Frage und zwar, wie kann ich hier Geld verdienen bei GTA Online? Voralein, ich will... Verdammt, scheiße, nochmal. Scheiße, die Bullen, ich muss weg. Oh, fuck. Jetzt machen wir halt mal einen von diesen ominösen Jobs. Wisch, das ist ja wie ein wahres Leben. Leute, macht erst mal das Licht aus, ich kann nichts klauen, wenn das Licht an ist. Okay, okay. Okay, ich geh weg, ich geh weg. Ich will nichts klauen, keine Sorge. Tim, 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 Tim Oh, das ist aber ganz zufällig ein schönes Auto, das ihr hier habt. Das ist wirklich schön. Gehört das dir? Das ist echt... Ja, das gehört mir, Ficker. Ich mach's kaputt, wenn ihr schießt. Ich mach's kaputt. Könnt ihr gerade mal Luftfahrer zu schießen? Oh nein, die klauen mein Auto. Ich muss schnell auf mein Auto schießen. Alter, wollt ihr mich verarschen? Mein Life ist doch nicht mehr so ganz das... 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 Bitte, seien Sie noch am Leben. Das wird er nicht gemerkt haben. Ihr kriegt mich nicht lebend, ich werde euer Auto verkaufen, ihr Idiote. Hey, Alter, da ist ein verschissenes Auto. Kitsching! Äh, Sir, 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 ich hab jetzt so einen Job gemacht. Äh, Madame, Madame, oder ist es auch... Äh, kann man nicht so ganz erkennen. Sir, 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 äh, äh, ich hab jetzt so einen Job gemacht. Das kann ich... Was... Wie krieg ich jetzt noch mehr Geld? Noch einen machen. Dankeschön. Abeliee, wagenflaa... Fuck, 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 die Bullen haben mich gefunden. Schnell. Ihr werdet mich nie kriegen, ich hab einen Rennwagen gefunden. Tja, auf und nimm mal Wiedersehen, ihr Pisser. Und es kann voll die Stunts, guck mal. Und es ist ein Zug. Schaut mal, wie er da zum Spielen einlädt. Filmeichel. Sie hat eine Kamera um den Hals hängen. Womit macht sie Fotos? She's so darn. Ich bin so blöd. Was hat sie verdient? Sie hat einfach verdient. Hab ich jetzt eigentlich umbringen müssen. Oh, oh Gott, sie ist tot. Oha, in VR, guck mal. Oh, wie arg sie tot ist. Alles klar, was machen die Aliens denn da? Alien Sex. Thumbnail. Titel. Alles zusammen. Es fällt mir echt schwer, das zu sagen, aber... Fräulein, ist das gar keine Musik an? Oh, Mist hier, Kopfgeld. Oh, Simeon möchte dieses Fahrzeug. Ja, so ein Glück aber auch. So, Polizei abgehängt. Ab in Spain, spräh, wisch? Das ist ja früher immer geil mit Minen und so weiter. Oh, Öl. So, schön Kopfgeld eingesackt. Jetzt noch ein Auto für Simeon am Start. Also, das Geld lauft. Ich muss die Leute gar nicht mehr fragen, was ich machen muss am Straßenrand. Man kann jetzt natürlich schauen, dass das Auto nicht mehr kaputt geht. Es wird keine einzige Macke mehr bekommen. Wow, was ist knapp, Mann? Willst du mich verarschen? Was ist mit den Leuten auf einmal los? Wie sie fahren? Ich bin einfach ein Citizen und fahre wie ein Arschloch. Hallo? Ist ja gar kein anderer Spieler in der Nähe. Ich kann mich jetzt eigentlich... Ich kann jetzt erstmal einen Gang runterschalten. Weißt du Bescheid? Mal ganz locker durch die Rose atmen mit dem Auto hier. Oh, Simeon, ich hab doch was für dich. Huhu. Ich will Minitis. Zehner. 4.000? Wollt ihr mich verarschen? Was war das für ein verkacktes Plastikfahrzeug? Das war es jetzt mal wieder soweit mit GTA. Ich habe heute leider fast keine Zeit. Nächstes Mal kann ich euch auch zeigen, wie man recht schnell, also in meinen Augen recht schnell Geld macht. Da habe ich, glaube ich, 150.000 oder 200.000 Dollar in 30 Minuten gemacht oder sowas. Zeige ich euch dann einfach nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja.